Donnerwetter, diese Donnerwader Die 91-Jährige ist eine richtige Sportskanone. Donner stellt sich nicht nur furchtlos ins Tor, sondern sprintet auch als Feldspielerin über den Rasen und lässt dabei die Jugend noch ganz schön alt aussehen. Doch damit noch nicht genug. Ihr fallen immer wieder neue Sachen ein, wie sie die rund 1,4 Millionen Follower auf Social Media zum Staunen bringt. Klippenklettern, Fitnessübungen und Motorradfahren sind für die nicht ganz so rüstige Rentnerin eine willkommene Beschäftigung. Ohne Probleme und mit Leichtigkeit hält sie mit ihren Enkelkindern mit. Das Alter ist eben doch nur eine Zahl.